Seid ihr bereit für die Challenge 2024? Das ist 100 Kilometer. Fünf Teams, zwei Leute, fünf Tage, 100 Kilometer. Über Ostern 2024 müssen fünf Zweierteams in fünf Tagen 100 Kilometer Strecke zurücklegen. Und nur wer das in der kürzesten Zeit schafft, kann am Ende gewinnen. Und das ist nicht alles, sondern es gibt jeden Tag Aufgaben, es gibt jede Menge Challenge und es gibt natürlich auch ein Basecamp. Alle Teams schlafen im Basecamp. Morgens werden sie dann an einen der fünf Aussetzpunkte geschuttelt. Ob die Teilnehmer den direkten Weg zurück ins Camp wählen oder einen längeren, dafür aber komfortableren Weg, ist ihnen überlassen. Am Ende zählt nur die Zeit. Auf der Tagesstrecke erwartet jedes Team eine Challenge. Darin können sich die besten Vorteile erspielen, für die Verlierer warten aber auch Handicaps für den nächsten Tag. Nach der Tagesstrecke treffen sich wieder alle im Basecamp. Und noch eins on top. Es gibt ein Wildcard-Gewinnerteam. Warum seid ihr das perfekte Team für die 100 Kilometer Challenge? Ladet eure Bewerbungsvideos als Zweierteams auf YouTube mit dem Hashtag 100kmwild. Sende das Video ein und wir werden darauf reacten.